Ich habe keine eigenen Kinder. Ariadne war mein Ein und Alles. Sie war überaus intelligent. Für mich war sie wie eine eigene Tochter. Was ist denn mit ihr geschehen? Ich denke, sie wurde ermordet. Ermordet? Das hier ist die Familie Warmer, Beckerhill. Meine Familie. Am 22. September 1966 hatte sich die gesamte Verwandtschaft zur jährlichen Vorstandssitzung in diesem Haus eingefunden. 30 abgierige und kleinliche Menschen, die darüber stritten, wer das größte Stück des Kuchens bekommen sollte. Einer dieser Menschen ist schuld an Ariads Tod. Ariadne ist damals 16 Jahre alt gewesen. Es war Weltkindertag. An diesem Tag war sie in Hedestadt und hat sich auf der Hauptstraße den Festzug angesehen. Diese Fotografie hier erschien dann in der Zeitung. Gegen 2 Uhr kam sie zurück auf die Insel. Sie wollte etwas mit mir besprechen, aber ich hatte wegen der Vorstandssitzung keine Zeit. Wie hat man sie getötet? Das weiß keiner. Sie ist einfach verschwunden.